Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Legendenauftrag von Tainari, Vulpes Zerder, 1. Akt, Fragen ohne Antworten und dem vermutlich letzten Auftrag, Erinnerungen im Garten, geh nach Pades Dyei und triff Tainari. Tainari ist wahrscheinlich eben Pades Dyei, geh und finde ihn. Das ist hier auf der Map, falls das jemand nicht weiß. Sieht aus wie ein Gewächshaus. Tainari! Schhh, schau deine Hälfte an. Chill, Bro. Eine Daphne aus dem Genus Nemeleaceae hat einen starken Antikonvulsant-Effekt. Sie kann in eine anästhetische Poudre gemacht werden. Aus diesen beiden Datasetten, würde es besonders potent gegen Pyssin-Species sein. Hey, sicher, dass du das alles herunterlässt. Karkata? 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 Ich dachte, ich hab gesagt, dass du alle zu halten, dass deine Deine hart geschoben ist. Pläts nicht Angst vor dem Vorderste, aber dein Ge sterbenst, das von mein Lassz ézustellen, Sie nicht ausgeschlossen? Konchert mich nicht? Wieso? Wie würde ich das tun? Aber Piner dachte du, dass du gesagt, according an der akademieMeist beherrten. Du bist dort geblieben, um... Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spantama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? Oh wow, that was. Crazy, bro. Das war der Legendenauftrag von Tai Nari. Man kann hier reingehen und Blumen pflücken? Das fühlt sich nicht richtig an. Damn. Oh, altes Gruppenfoto. Oh wow. Cute. Na gut, dann war's das mit dem Legendenauftrag von Tai Nari. Ging jetzt dann doch schneller als gedacht. Ich dachte, das wären jetzt nochmal so 20 Minuten. Aber I take it. Ja, und Karkata ist auf jeden Fall noch am Start. Und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber der Gelehrte, der Forscher wurde begraben. Also er ist auf jeden Fall hundertprozentig tot. War mir vorher nicht so hundertprozentig bewusst, ob man ihn nicht doch noch irgendwie retten kann. Aber nope, er ist garantiert tot. Schade. Gut, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.